Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein kleines Special und zwar haben wir uns ein Custom Game gegriffen. Ihr seht schon, wir spielen Timo. Das wird richtig lustig. Ich holen wir jetzt gleich krassen Hextrinker. Das ist das Einzige, was hier Sinn macht, oder? Hier wird nachher alles fett mit Filzestern. Das wird echt lustig. Ich hoffe, mein Ping geht gleich noch runter. Ey, schau mal, was die anderen sich so holen. Der eine kauft sich einen Braille, der andere im anderen Team sind auf jeden Fall schon drei Leute Dreammade. Ja, die heißen alle... Also ich würde sagen, Timo gewinnt das Match. Leber gewinnt Timo. Ja, vielleicht nachher noch ein Game. Wow. Ey, die geben ja, was ist die süße. Ich bin ja der Lockturbel, oder? Helfen sie sich alle hierhin. Oh, Garen wäre auch lustig oder AllZ, AllCutter. Lass mal nachher ein AllCutterGames. Oh, ich hab Angst. Ey, mich bewegt, bin ich tot. Ja. Ey, wir müssen uns diese komische Rakete holen. Ey, ich bin gleich tot. Okay. Ja, toll, keiner farmt, nur er, weil jeder Angst hat, dass er gleich stirbt. Ja. Da geht's schon los. Ach, scheiße, ich hab... Alle warten noch. Ich hab First Blood. Nice. Jawohl, ich hab First Blood. Diese Blend-Pfeile, ey. Oh, lol. Nein. Marco, nein. Doppeltöder. So, ein Heiltrank gönne ich mir. Mehr ist nicht drin. Aber wie heißt es noch? Winterkugel macht auch Sinn, oder macht das gegen AD Schaden? Ne, AP, oder? Das macht... Das gibt den Rellen-Shield. Ah, okay. Dann macht das, glaub ich, auch Sinn, ja. Was magst man hier eigentlich? Hehehehe. Alles. Ja, ist wirklich so. Ich glaub, den Blend-Pfeil wegen dem Schaden, ne? Mhm. Oder das Gift. Ja, wobei das Gift, glaub ich, nicht mal so doll. Weil der Blend-Pfeil, der bringt... Ah, Marco, der Flix-Trinker, der ist richtig OP. Kühl! Ja, aber ich hab keinen Kühl, das ist super. Aua! Au, ey! Ich hab jetzt mal das Gift geskillt. Haben die Gegner eigentlich Heal mit? Ja, sogar Clarity einmal. Aber ich glaub, auf Timo bringt's diese... BAH, NEE! Oh Gott! Hehehehe. Hey, funny, ey. Man kann hier nicht verkaufen, also... ...soll grad' sagen. Schau mir mal ein... Alter, wie schnell du hier fertig bist, ey! Hehehe. Einfach mal vom ganzen Gegner-Team gefokust. Pfeile über Pfeile. Toll, der Affe da, der steht nur rum im Busch. Oh! Die denken sich gar nicht, dass er da rumsteht. Ich bin gleich gespannt, wie es jetzt gleich läuft, wenn jeder Leute ihre Pilze haben. Da ist zwar unsichtbar einer, aber scheißegal, Pilz rein. Hinfort! Die gehen immer auf die Lowlife, Leute, ey. Schau, warte. Hey, das ist ja schlimm, ey. Also ich kann den auch nicht mehr mit Gift gefizieren. Ich hab einfach mal den Burschen. Hm? JAWOL! Hehehe. Ja, okay, der Flash, der bringt's ja doch. Ich hab gedacht, für was brauch ich Flash? Nehm ich lieber Barrier und Ignite mit was, um jemanden umzubringen, weil ich ja denn geblendet bin. Aber so ein Flash bringt's schon, so im letzten Moment noch so warm. Ja. Das ist falsch gedacht. Achso, dass ihr euch nicht wundert, ähm, dass hier nur ein Astronautenteam ist. Aber man sollte eigentlich keinen Skin nehmen, weil es sonst zu Fehlern kommen könnte. Und dementsprechend laufen die alle normal rum. Du kennst dich aber fest, äh, verängstigt. Boah, Mann. Die Sprachgruppe. Du kennst dich aber gut damit ausmachen. Boah. Nein. Ja, wieso haben die alle schon ihre Filze und ich nicht? Weil du Noob bist. Weil ich zu oft sterbe. Die Schiene ist einfach mal richtig strong hier. Was ist die Schiene? Einfach die ganze Zeit Pilze setzen, wenn du dich da, 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 und jetzt BOOM! Wie ein Fisch, Mensch! OP wird's, wenn man sich diesen komischen Bogen kauft, der Fallen aufdeckt. Aber ich glaub, das wär hier scheiße. Also, dass man den nicht kaufen, dass es nicht behindert. Du musst theoretisch die Pilze eigentlich sofort, wenn sie kommen, müssen alle draufgehen und den wegnehmen. Ja, der eine. Toll, der eine Team hat's überlegt. Guten Abend. Ach, Dreamy. Ja. Entschuldige. Wollt er mitspielen? Nee. Machst du nachher ein Custom-Bla gegen Cutter-Game mit? Boah, der ich gerne habe. Ich muss gerne. Oh. Ich kann's. Warum tust du Leib? Ich stache kill! Wir spielen gerade fünf Timo versus fünf Timo. Ja. WTF? Ihr seid doch euer. Wotter, was macht doch keinen Fall, wenn das Team Luis sieht. Ey, halt, das macht Vollfall. Aber der hat da den Hack benutzt, ja. er hat gebannt er bin es ja nicht wenn sie sich mit den Händen zu finden würde zu gerne 6 Prozent 5 3 sehen oder 5 Schaikos es gibt auch so den Wert können und das war auch also am meisten so Schaiko und Nidale oder Nidale Nidale diese Yield-Teile zu holen warum ja weil ein Pilz draufsteht wenn er 5 Teammus im Game sind ja wohl wahr ich will das ja nun da hab ich nicht mehr merkt, Nidale konnte ich nicht mehr sagen wir haben das bessere Team hier gibt es kein gutes oder schlechtes Team oh da ist der Double Kill Nidale aber ich bin die Bewerber explodiert hier irgendwas Embo dek Embo dekliert hier das ist aberartig 1.5 spiele ich ja schon da ist so ein bisschen leck hier mit 200 Seiten spielst du immer 1.5? warum schaifst du mich erst zu spät an? weil ich nicht da war ich hab auch ein Real-Leifern gesehen um die Uhrzeit ja ich war trainieren langsam ja schon aber finde ich meistens bis 19 Uhr nur ganz an die Kante stellen so richtig sneak frisch noch zum Pilz die leute sind jetzt alle schon wieder unsichtbar irgendwo ja ach guck mal die Pilz hier ne du willst in keine Nungsholze hingehen ich glaub so wie es bei uns grad ausschaut schauts bei den Gegnern auch mal ich weiß die Vermutung hab ich auch die Vermutung hab ich auch wollen wir mal fixen hier so wenn alle low sind dann hau ich mal ein hier rein das ist scheiße die haben 2 ein zu viel Pilze Marco ist schon wieder am verrecken alle zusammen dann kommen wieder LPs Marco morgen geist morgen dann ist n morgen naaaah Minenfelsch da musst du glaub ich wenn du eh schon fast tot bist musst du einfach reinlaufen weißt da musst du glaub ich wenn du eh schon fast tot bist musst du einfach reinlaufen weißt 3 Minions Bitch please warte mal einen Brut Brutalizer bringt's doch hier eigentlich auch oder dann kannst du deinen scheiß äh Blimpfer öfter rausballern und mehr Pilze setzen Jaja du kannst da aber auch Ey wir sind hier grad am gewinnen weil wir Control haben ja und die ganze Map zu Guck dir das mal haha Ist doch nicht mehr normal ne er ist BOOM 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 Ich bin tot Boah Ich baue hier voll abstrakt Nesha ist 2 und sowas Oh Gott Ha Wie ein Pilz reinflasht der dem Team hier ist alles egal Ja Der rollt auf Ja Ich glaub da musst du ein Tankmo bei haben Hm Einer muss Tanky gehen So wie ich hier mit Hextrinker Ja dann wissen wir ja wer Tanky geht Oh nein wir machen Wir machen unser Minenfels hier weg Soldat Betti mit Parkour AG Schnell Worm sagte Ich habe da Bequiz was ich man vorschlagen gemacht Bequiz nicht Kräfer der Preis es sei der Befugstum und auch die Verlustkeiten so schaffte nein nein die aber die Zuschauer könnten noch fragen die Kompetenzen Morko und ich kann dann mal wenn ich einen Platz ein Buch von Nein! Okay, denn so deine Einstellung hatte ich schonmal? Nein! Äh... Dann hat man jedenfalls was zu tun. Du bist immer geblendet, du hast keinen Überblick mehr, weil... Guck mal hier die ganzen Supports. Der eine, der ist dominating. Von den Gegnern oder von uns? Ja, von uns. Scheiß auf Tank, ich hol mir jetzt Leandra's Qual, dann mach ich noch mehr Spaß hier. Das schaffst du! Radioactive man! So... Willig! Jaja, lustig, lustig, tralalala... Da ist ein Puls von tralalala... Jetzt! Jetzt! Yeah! Weihnachtsbüche, Leute! Müsst euch anpassen! Wieso bin ich so müde? Du, der Dreamy bist... Alter! Null Tankiness, ich halte keinen Pilz aus. Die Gegner haben jetzt schon die Andrasquare hier. Ich bin voll böse! Uh 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 uh... Ich bin hier das R-A-R-A mit pur-R-P-S in dieser Map. Tup! Tup! Keine Sorge, es sieht bei denen genauso aus. Ich glaube das Ziel von dem Game ist, die Pilze so weit wie möglich in das gegnerische Feld rein zu holen, oder? Ja. Ey, ich glaube das wird so eine 50 Minuten Runde, wenn das so weitergeht. Du stehst da halt einfach so rum, weißt? Oh, nice. Er steht nicht, er chillt, heißt das. Ja. Er hängt ab. Er hängt ab, er hängt ab. What's up? Von dem konnte ich leider nicht mehr helfen. Haben wir von euch schon GTA 5? GTA 5 ist voller Bugs. Hm, haben wir schon rausgefahren. Ich gehe einfach mal chill. Warte bis ein Gegner kommt und dann piek. Dafür ist GTA 5 aber auch groß. Guck mal, ich bin hier der... Das Strüffelschwein. Ja, das ist halt dieser Scheiß-Slow, weißt? Ah, nein. Ah. Ah. Nein. Wie kommen die Scheiß-Dinger da rein? Weißt, die Scheiß-Dinger in der Mitte, die machen halt auch keinen Sinn, wenn diese Scheiß-Minions da kommen. Du müsstest eigentlich so ein Pfad hier lassen. Hm. Also auch wenn ich die ganze Zeit sterb hier mit 3-10, ich hab Spaß. Ja, das ist scheiße, wenn ich leckte, ich kann nicht mehr reagieren. Nein. Oh, no, 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 no. Wir bräuchten halt mal ein Heal oder sowas. Also noch ein Heal mehr. Heal gibt's nicht. Ja, irgendwann wird das zu Ende kommen, wenn ein Team mal ein bisschen geacert wurde. Hey, das ist echt abartig, wie schnell ich hier verreckt bin, ey. Oh, tot. Ne? Kenwood stirbt doch nicht. Ach, stopp. Nein, nein. Wie kommt denn der Pilz da rein? Greif noch an. Ach, Leute. Nein, nicht den hier. Oh. Hast du es gesehen? Ja. Wie knapp das war. Ich war um 4 Leben und ich hab's genau gesehen. Oh. Warum kaufst du denn nicht Tank-Items, Magiri, Silber, Warkil und Worts? Ich hab Merkur-Schuhe, hab mir Schuhe von meinem Wortschiff. Worts sind, äh, Oracle ist verboten. Ja. Ja, Oracle ist verboten, oh. Ja. Ist doch ein Haftisch. Nein. Oracle und dieses Lightbringer ist verboten, weil das Fall noch deckt. So, Leute, ich würde euch trotzdem noch schön Abend. Oder schön guten Morgen. Oder schön guten Tag. Oder... Ich kann nicht reagieren. Ja, ja. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Das ist aber voll nervig. Du siehst immer gar nicht, ob du jetzt den umgebracht hast. Doch, denn ist das so gelb umrandet. Hau ab, Dreamy. Also, ich hab'n sehr hohen Damage-Trade. Oh, geil, der Lightstalker, der hat ein... Wumens? Wumars? Keine Ahnung, wie das Teil da ist. Oh, der war böse von mir. Hast du gesehen, wie viel Damage ich gemacht hab, Litch? Im Moment dominieren die uns ein bisschen. Nein! Ey, wie kommt denn da ein Pilz hin? Ja, hier laufen die ganze Zeit Leute rum. Ja, hier laufen die ganze Zeit Leute rum. Die konnten da ein Pilz hin. Ich versteh' das gar nicht. Na, tut, buf, buf. Ey, die fallen hier am Schauen um. Wieso ist der jetzt nicht verreicht? Ah, da jetzt. Macht der Hurricane hier überhaupt Sinn? Weil du bist ja eh darauf geblendet. Tut, buf, buf. Greif doch wenigstens an. Nein. Der macht hier die ganzen Pferdecke auf. Ey, er cleart, er cleart bloß einmal. Das hat uns aber viel Advantage gegeben. Prooms. Don't have a Schuss, ey. Don't my idea. Ähm. Ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt erstmal einen Leandries hole, an das Fallen. Mach' ich aber halt. Ich hab's schon. Ja, dafür hab' ich einen Fluch-Lich. Das bringt's viel mehr. Ich versteh' den ja auch nicht. Ach so, das bringt einem ja noch ein bisschen Magieresistenz noch gut. Fluch des Lichs ist hier wegen dem kurzen Damage-Trade, den du hast durch Blend-Pfeile und so. Eigentlich richtig OP. Dazu noch einen Leandries, da hast du einen richtig, sehr, sehr hohen Damage-Trade. Da schau'. Ey, Schlimme. Der läuft einfach durch und macht die scheiß Füße weg. Ey, jetzt geht der ab mit seinem Hurrikan. Ja, und der andere hat aber sehr, sehr gut Damage-Trade gemacht, die anderen sind jetzt fast tode. Hm. Macht so'n Hextrinker hier nicht Sinn? Äh, nicht Hextrinker, ein Hextech-Revolver. Weil du kriegst ja Dauer auf Leben zurück durch die scheiß Pilze. Ja. Ne, ne, halt, das Buch musst du haben. Weil dann kriegen ja alle AP mit dazu. Ja, holst du dir das Buch? Ja, ich hol mir das Buch. Wille der U-Alten. Hat das schon jemanden? Weil ich könnte... Hat noch keiner. Bei uns. Bei denen auch nicht. Kommt keiner auf die Idee, Wille der U-Alten zu holen. Jawohl. Mal geschrieben. Oh nein. Ich lebe. Oh, wo kommt denn der? Hammerharte. Du gehst eigentlich nur rein. Boom, setzt deinen eigenen Pilz. Boom, boom. Und der ist tot. Oh, ne. Ne, er lebt durch mein Heal. Oh, der flasht da rein. Ja, Bitch, please. Mit dem Damage-Trade hat er nicht gerechnet. Na, er überlebt. Ich will der krass bei von mir eigentlich. Ich werde die Gegend ausspielen. Du musst ab, oder was? Ja. F7. Ey, das kotzt mich so an mit dem Ping, ey. Er leckt mich am Arsch. Mal wie ich... Nein! Ich gehst grad. Ich wollte Schuhe um meinen Beckel aufmachen, aber ich bin auf Wege gekommen. Hast du schon eine Buchkanone, oder? Naja, ich bin gerade am bauen. Ein paar Bücher an. So, jetzt verstecken die sich alle hier. Das kann ich auch. Bisschen Pilz hier explodiert. Jetzt hole ich mir, glaube ich, mal einen Hurricane. Nee, das Ding, das geht hier echt ewig, glaube ich. Egal. Es macht Spaß. Aber ich glaube, so ein Game mit Marina und Zed wird richtig schnell gehen. Die gehen alle so tanky und ich bin so eine Glaskanone. Aber jetzt habe ich Leandris Qualen. Heißt es Imba Bimba. Oh, der Lightstalker. Ah, ist ja krass. Boom, boom, boom. Ja, Solari ist auch die Idee. Aua. Oh, jetzt würde der Ping nicht so schlimm gewesen. Oh, scheiße. Ah, jetzt wird es besser. Oh, jetzt hält es wieder schlimm. Was soll das? Alter, guck, ey. Was ist das? Nein, dieser Idiot. Warum ist er da falsch? Ich habe einen 50er Ping und hier geht gar nichts voran. Also jetzt liegt es, glaube ich, an Leuten. Du hörst mich noch gut, oder? Ja, ich höre dich noch gut, aber du bist disconnected. Ja, warum? Ja, ich habe einen Quill gekriegt. Keine Ahnung. Läuft bei dir alles noch super? Ja, bei mir läuft. Scheiße, das ist bei mir jetzt abgeschmiert. Keine Ahnung. Also ist doch scheiße. Jetzt jetzt. Jetzt geht es weiter. Oh, der kleert, der kleert. Ja. Alle so viel Leben, woher? Marco, nein! Ich bin doch gar nicht alt. Ich werde die Gegend ausspähen. Der Scheiß ist halt, wenn wir halt immer zusammen da reingehen. Erstatte Meldung. Das war irgendwann eben. Bitte? Gib mir. Warum hat man schon mal das eingetritt? Lol. Ich habe gleich wieder Heal. Juhu. Jawohl! Ich will ja gar nicht rein. Man hat immer so Schiss passiert. Die Pilze kommen. Und der ist tot. Scheiße. Der ist nicht tot. Ich habe ihn noch gehealt, aber ich bin jetzt tot. Irgendwie drängen die uns ziemlich zurück hier, oder? Die Pilze machen aber irgendwie gar keinen Scheiß mehr, oder? Die haben halt sauviel Tankiness. Jetzt haben sie unseren ganzen Pilzdschungel gecleert. Und haben schon den Tower gegriffen. Das kann essentiell wichtig werden. Aber ich habe jetzt das Buch. Das Buch mit der Buchkanone. Buchkanonen. Scheiße, wir müssen uns beeilen, sonst kriegt der Leute. Der nimmt gar kein Damage. Was haben die denn alles gekauft? Mutta, wir müssen dich questa Boxen anbieten. Z morph. Ich pase mal Doppel. Ich hör noch nicht. Kriegen halt alle schönen AP durch mich AP auch durch das Buch? Ja Ihr kriegt durch mich alle 30% Fähigkeitsstärke und 20% Zaubervampire nicht Alter, schau dir den einen Typen an, der hat 3,7k live Als Timo Ich glaube, das werden wir verlieren Hast du irgendeine taktische Idee jetzt hier? Nee Wir bräuchten halt einen Tank Na, dieser Radioactive-Histler der Tank Aber deren, die haben auch nicht mehr so viel Der Radioactive ist noch Tank, oder? Der hat Gürtel des Riesen, hat diese Winterkugel und Geistessicht Aber ich kipp immer sofort um in so Fights Wir müssen erstmal den Wald hier wieder aufbauen Stopp! Ganz lange Das ist nicht gut Oh, scheiße Ich helfe euch mit dem Loll Wie viel Damage ich gekriegt habe Ja, überlebst, weißt? Heiland, zack, Vielfaltöte, mach doch gleich einen Panther Ja, das Spook bringt's auch nicht wirklich, oder? Äh, lol Lol, das war meiner Echt? Geil Geil, geil, geil Alle irgendwie tot? Hm Genau, das ist das einzige richtige, was er jetzt machen kann Execute und den Tower noch hicken Das hat er genau richtig gemacht Ja Wir sind jetzt halt langsam richtig lange kaputt Lol Null Damage, weil er geblendet ist Scheiße Ich werde die Gegend ausspähen Pilzwald wieder aufbauen Hm Ich mach halt kein Damage mit meinem, mit meinem iPhone, die ich hab Jawohl Aber deine Idee war gut, dass am Anfang Hm Äh, mit Pfff, dem Hextrinker Ja, ich glaub, die hätten eindeutig die beste Taktik geben, das glaub ich schon öfter gemacht, die man ja auch pre-made Ja Dass man hier einfach tanky geben muss, weiss Ja Wie ich anfangs schon gesagt hab, dieser Hurricane, der bringt nicht so viel, weil er Ja Weil er halt einfach immer geblendet ist Da kippen wir auch Vierfachtöl Loll Vierfachtöl Hahaha Ja, bringt uns wieder nix Die müssten jetzt alle schon Vollbild sein, oder? Ne, war nicht klar Aber alle haben hier diese Geistessicht, warum denn? Abklingzeitverringerung und die Selbstheilung, ok Äh, Spiritvisage, Magierresistenz, Leben Ist doch geistessicht, oder? Ja Oh Leider nicht gestorben Ich hab leider keine Rose für dich Lalalalalalala Ja Ja, das ist, glaub ich, fast Vollbild Ja Schnell Ist das Positioning halt ultra wichtig Zauber Vampir bringt's irgendwie doch nicht Ja Ja Ich hab echt gedacht, dass das ein bisschen mehr bringt Ich auch Es ist halt scheiße, dass die einen Dreier-Premate haben Haben Mhm Da haben sie halt einer, der ist so Supporter, sag ich mal Einer Tanki und der andere So ein Mischding So ein Mischding Cool Damage Cool Damage Cool Damage Damage Pilze überall Pilze überall Uhrenschmack Wow Haha Ja, wow Jetzt kackt der Radioactive auch ein bisschen ab, oder? Geht ab, geht ab Geht ab Geht ab Geht ab Geht ab Jawohl, der ist tot Mh mh Jawohl Mach was Ich bin so tot Ich bin so tot Das ist zu viel Nein, ich hab gesagt, ich bin zu tot Hast du gesagt? Nein, du hast so gesagt Zu tot Ne Der wäre scheiß Miene jetzt einfach schon zu fett ausgebrochen Und der verreckt oder? Hat er noch meinen Pilz mitgenommen Ah ne, ist nicht meiner gewesen Der kann nicht verrecken, schau mal wie tanky der ist Nice Gut gemacht, Marco 821 Alter, was für ein Ball das hier ist Wir sind schon der nächste Anwärter Ich bin aber der einzige der sich Litchbane holt Ich werde die Gegend ausspähen Ich werde die Gegend ausspähen Oh nein, da war ein Pilz Ich schau nach Paas Ich schau nach Paas Und was für ne Hektik denn auf einmal so entsteht? Wenn ein Gegner hier so... Ja. Oh, was war das, ey? Du denkst, du bist alles abgelaufen? Da ist immer noch irgendwo ein scheiß Ding. Du wärst ja gern mal laufen. Der Nathrox, der ist aber praktisch richtig gut. Ja? Der Nathrox. Boah, ich dachte gerade, das wäre unser Leader hier, aber das ist dann... Der Gegner, der Tank, der hatte erstmal dieses Banshees. Was richtig Geiles zum Clearen. Nein, das will ich doch. Weil wenn du da mal aus Versehen in den Pilz rennst, dann kannst du sagen, leck mich am Sock. Der Kampf um das Heel-Teil. Ach, du Heilige. Ich sehe es gleich kommen. Irgendjemand läscht sich gleich hier rein. Oh nein! Kommt da einer aus dem Busch, ey. Immer irgendwo kommt einer aus dem Busch. Ja, der Radioactive-Man räumt das Min-Feld ab. Mhm. Der ist so tanky, der Alter. Guck's dir an, ey. Ja, der hat sehr viel Magie-Resistenz. Ja, den holt er sich. Der hat uns wieder gut zurück ins Spiel gebracht, eben. Ja, der Aktion. Mhm. Das freigt er halt leider. Mhm. Ja. Der Gegner hat das Spiel verlassen. Nein, einer aus unserem Team. Echt? Ich habe gar Gegner verstanden. Ja, der wollte schon aufgeben. Wahrscheinlich, wenn wir zum dritten Mal aufgeben wollen, hat er es gelassen. Ich war ja, kein Bock mehr. Wir verlieren das eh. Ist doch so. Scheiße ist halt, dass die Passiv im Hintergrund immer Filze aufbauen können. Mhm. Ich muss doch gar nicht mal rechts halten, die Scheiß-Diener ran. Oh. Ich habe schon die ganze Zeit einen Hurricane. Wir haben aber einfach keine Filze, ne? Ja. Haha. Der Tower bringt doch überhaupt nichts hier. Ist wirklich so. Banshee ist es richtig stark. Da war der Astronaut. Und Banshee ist es hier richtig, richtig, richtig strong. Strong, strong. Na, drei Pilze haben wir noch. Haha. Springs. Achso, Orakel ist da verboten. Ich weiß. Hast du eins gekauft? Kack,���ak Resultat. Das ist ja nicht so gut. Keiner greift den Sack an und alle gehen auf den anderen. Immer schön die Pilze aufbauen. Ja, wie wird sich dieses entwickeln, wenn alle voll wild sind? Bei uns fehlt halt... Ne, bei uns sind ja alle leer. Hat bei denen jemand Wille oder der Walten? Ne, ich bin der einzigste den. Der bringt uns auch hin. Der stirbt. Jawohl. Brauchst du die jetzt weg, he? Scheiße, den Scheiß habe ich die weg. Sterben werde ich jetzt. Bauen wir mal ein bisschen Scepter. Ich werde die Gegend ausspielen. Jetzt müsste ein Timo einfach AD gehen, wenn die alle auf Magic Resist getrimmt sind. Hm. Warum sind wir eigentlich so blöd? Ein AD Timo könnte sich locker gegenwaggen. Meinsch? Ja, aber der ist die ganze Zeit geblendet. Hm, stimmt auch. Lol. Lol. Geht auf den. Ja, ich hab kein Mana. Gibt sowas auch noch in dem Game hier. Das war gerade zu viel des Guten. Geht auf den. Gut aufgeräumt. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich werde die Gegend ausspielen. Fitsch please. Ich muss am Leben bleiben, damit ihr hier Wille der Oralten kriegt. Guck mal, der Orakel ist doch verboten. Ja. Ja. Das ist ja scheiße. Nein. Nein. Just by Orakel. Das ist verboten. Der macht das ganze Game kaputt jetzt. Guck tipp. Das hat ja gar keinen Spaß mehr. Oh, was sagst du? Ja. Ja. Das bin nett. Da kann man nichts machen. Doch, reporten daher. Held... Play? Ja, die haben wir jetzt auch Orakel. Toll, jetzt ist man hier nur noch an Pilze klären, oder was? Ja. Ja. Lol. Schauen die an. Was macht er da? Er kitet. Das hält auch aus schon. Ich werde die Gäder ausgehen. Ich werde die Gäder ausgehen. Ja, da war ich eh tot. Wir hatten alles in Arabadons. Zwei Leute im Gegner-Team. Bei uns einer. Bringt hier glaube ich eh nix mehr. Aber es war auf jeden Fall lustig bis zu dem Zeitpunkt. Ja, wo die Oracles gekauft haben. Ja, den kauf ich mir jetzt auch. Marco, du machst das Spiel damit kaputt. Du wusstest glaube ich schon auch schon. Nein. Die Gegner kaufen es ja jetzt auch schon. Die Gegner sind geliebt. Achso. Ja toll. Dann traue ich. Wir haben zwar gewonnen, aber... Ja, weil so Spielverderber wie... Wer hat angefangen? Radioactive oder so? Einer von denen hat angefangen Oracle zu kaufen. Und schreibt es auch noch. Das wäre ein sehr geiles Game gewesen. Und ich glaube ohne Oracle hätten wir das wirklich verloren, aber... Natürlich hätten wir das verloren. Ja. Ja. Ja, ähm... Ich sag mal so. Wer das Game hier bis zum Schluss angeschaut hat, ich erklär es kurz. Und zwar gibt es einen Mod. Da verarscht man quasi die League of Legends Server. Und... Kann dementsprechend zehnmal denselben Champion spielen. Derjenige, der den Server aber hostet, also den Raum, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit danach gebannt, weil das die Server zum Lecken bringen kann. Und ich habe aber gerne mitgespielt, um euch das mal zu zeigen und so. Bloß Finger weckt davon, vor allem von Kimo, weil das macht keinen Spaß, wie ihr hier gesehen habt. Ähm... Ja. Ich freue mich aber trotzdem euch das gezeigt zu haben und schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.